Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Daily Challenge bei Reim & Legends es geht in Murphys Katakomben und ihr seht es 1394 Meter sind zum erreichen und ich kann euch gleich sagen heute war es wirklich kein schöner Versuch ich wollte allerdings heute Abend jetzt noch schnell euch den ja hier nachliefern nachdem ich heute irgendwie den ganzen Tag unterwegs war aber ich trotzdem noch halt eben die heutige Daily Challenge geben möchte gut ihr seht Murphys Katakomben hat natürlich einen großen Nachteil und das ist diese grüne Grinsetyp der an der Seite ist der macht uns durchaus gerade in diesem Level hier besonders das Leben schwer es ist eigentlich schwieriger als die ganzen Sachen die hier irgendwie kommen weil er manchmal halt eben nicht reagiert so gibt es zwei Stellen wo er uns beinahe halt eben schier sterben lässt ich halt immer noch ein bisschen für Buggy oder für einen Bug aber ja gut solange man noch irgendwie überlebt ist es ja halbwegs gut aber die Stellen werde ich euch entsprechend nehmen hier lassen wir uns hoch schwingen und wir haben auch schon 500 Meter so hier nochmal drüber hier können wir das ganze ziehen brauchen wir aber nicht dann hier nochmal einmal hoch einmal hoch setzen den hier wieder runter und schon bekommen wir die 600 Meter Pause hier nochmal ein Ringespiel dann müssen wir leider und diese Stelle hier ist sowas von verpackt weil halt eben unser grüner Typ manchmal kommt er direkt manchmal kommt er nicht direkt also man muss wirklich schon in der Wand hängen damit er überhaupt anfängt zum klatschen und das geht natürlich im Spiel eigentlich überhaupt nicht hier hat es eins verspult macht nichts wir springen einfach drüber über die Leiche hier nochmal einmal weiter und wir haben auch schon 850 Meter so jetzt zieht es ein bisschen an hier den Teil einfach drüber laufen Augen klatschen hier auch wieder hoch kennen wir auch alles den ziehen wir rüber damit wir jetzt an den Ring kommen ziehen wir ab lassen wir einmal aufhupfen dann geht es alles ganz schnell weiter und es wird ja eigentlich kein großartiges Problem sein hier auch nochmal drüber dann hier wieder Augen klatschen wir springen aufs erste drauf ziehen weiter lassen uns drüber der hier nochmal hoch hier gleich abschneiden müssen wir gar nicht großartig warten 1200 Meter das passt hier nochmal können wir auch wieder hochziehen runter hoch drüber hier stampfen einmal drüber und jetzt haben wir es gleich den hier hoch Ring rüber Ring rüber hoch rüber ziehen damit wir ans Seil kommen hier vorsichtig drüber und hier springe ich leider zu hoch allerdings 1429 ist zwar knapp aber es langt ich denke es wird auch bis morgen reichen es werden sicherlich noch ein paar schlechte Mitte zu kommen das heißt es langt uns ich danke euch vielmals fürs Zuschauen das war heute ganz kurz noch von der Daily Challenge wir sehen uns dann morgen gebt trotzdem ein Like gebt ein Abo weil ihr wisst ja ihr könnt was gewinnen ich wünsche euch alles Gute und bis morgen dann ciao ciao Bis zum nächsten Mal